Was ist die beste Weise, um Erkenntnis über sich selbst und über die Welt, in der man lebt, zu erlangen? Unsere Ahnen haben uns einen sehr guten Ratschlag gegeben. Damit ein Mensch bei seiner Entscheidungsfindung niemals Fehler macht, ist es für ihn notwendig, in seinem Leben Vernünftigkeit zu praktizieren. Womit unterscheidet sich Vernünftigkeit vom Eigendünkel? Leider verstehen sehr viele Menschen heutzutage den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen überhaupt nicht. Woraus setzt sich beispielsweise der Eigendünkel zusammen? Der Mensch hat irgendwo etwas gehört, irgendetwas gelesen, hat selbst irgendwelche Spekulationen aufgestellt und auf der Grundlage dieser Informationen macht er dann irgendwelche Rückschlüsse. Aber in den meisten Fällen wurde die Information, die uns im Kindergarten, in der Schule, in den Universitäten und in den Massenmedien vermittelt wurde, vorher einer starken Zensur unterzogen und wurde an uns in einer verfälschten Form weitergegeben. Deswegen ist es äußerst schwierig, richtige Schlussfolgerungen auf der Grundlage dieser Information zu machen. Und dem Menschen fehlt es meistens an Lebenserfahrung, um zu verstehen, dass das, was man ihn in den staatlichen Einrichtungen gelehrt hat, zumeist nur aus Lügen oder aus Halbwahrheiten bestand. Und deswegen wird ein Mensch, der in seinem Leben Entscheidungen auf Grundlage des Eigendünkels trifft, oft Fehler machen. Um das zu vermeiden, haben unsere Ahnen uns eine Methode hinterlassen. Und diese Methode heißt Vernünftigkeit. Was ist Vernünftigkeit? Unsere Vorfahren haben gesagt, dass die Vernünftigkeit auf drei Säulen aufbaut. Das sind die drei Kriterien bei der Erkenntnis der Wahrhaftigkeit. Die erste Säule ist die Meinung eines kompetenten Menschen. Das heißt, die Meinung eines wirklich kompetenten Menschen. Was sagt ein kompetenter Mensch zu der einen oder anderen Frage? Denn man kann zu jeder Problemstellung einen kompetenten Menschen finden. Und wir nutzen dieses Kriterium in unserem Leben heute noch relativ oft. Denn wenn wir beispielsweise lernen möchten zu malen, dann gehen wir in die Lehre zu einem guten Maler. Wenn wir lernen möchten, ein musikalisches Instrument zu spielen, dann gehen wir zu einem guten Musiker. Wenn wir Medizin studieren möchten oder genauer gesagt die Chirurgie, dann gehen wir zu einem guten Chirurgen. Die Meinung eines kompetenten Menschen, eines Spezialisten, ist also eine Notwendigkeit. Die zweite Säule oder das zweite Kriterium bei der Erlangung der Wahrhaftigkeit ist das Wissen und die Meinung unserer Ahnen. Denn nur unsere Vorfahren haben für uns die Ratschläge hinterlassen, die zu uns weißen Menschen am besten passen. Andere Völker können zwar ebenfalls Ratschläge geben, aber sie passen nicht zu uns, weil alle anderen Völker an ihrem eigenen Vorteil interessiert sind und nicht an unserem Wohlergehen. Unsere Vorfahren dagegen haben uns unvoreingenommene Ratschläge hinterlassen und sie haben enorme Erfahrung zu jeder weltanschaulichen Frage angesammelt. Alle Fragen, die bei uns aufkommen können, waren unseren Vorfahren bekannt und sie haben sich entschieden, uns die Antworten auf all diese Fragen in schriftlicher Form zu hinterlassen. Und all diese Antworten sind in den Veden enthalten, und zwar in sehr ausführlicher Form. Das heißt, in den Veden sind Antworten auf alle weltanschaulichen Fragen, die bei uns aufkommen könnten, in ausführlicher Form enthalten. Deswegen ist das zweite Kriterium bei der Erkenntnis der Wahrhaftigkeit, also bei irgendeiner weltanschaulichen Frage, das Wissen, welches in den Veden enthalten ist. Also was steht in den Veden zu der einen oder anderen Frage? Und wenn der Mensch nicht in der Lage ist, selbstständig in den Veden die Antwort auf eine Frage zu finden, dann muss er sich an einen kompetenten Menschen wenden, der sich in den Veden auskennt. Dieser Mensch ist der sogenannte Vedun. Und der Vedun kann dann dem Menschen sagen, in welchem Buch und auf welcher Seite er die Antworten auf seine Fragen finden kann. Und er muss dem Menschen die Möglichkeit geben, sich das durchzulesen, damit er erfahren kann, was unsere Ahnen zu dieser Frage oder Problemstellung gesagt haben. Und das dritte Kriterium bei der Erkenntnis der Wahrhaftigkeit ist die eigene Erfahrung. Das heißt, man muss sich selbst persönlich von etwas überzeugen, ob eine Sache so ist oder nicht. Und genau das ist Vernünftigkeit, wenn alle drei Kriterien auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Wenn alle drei Kriterien sagen, dass etwas so ist, dann ist es so. Dann besteht kein Zweifel, dass es tatsächlich so ist. Wenn alle drei Kriterien sagen, dass es nicht so ist, dann besteht auch kein Zweifel. Dann ist es eben nicht so. Wenn aber wenigstens eines dieser Kriterien den anderen beiden widerspricht, dann sind Zweifel angebracht. Dann muss man weiter genauer nach Antworten suchen und die Sache prüfen. Wenn also der Mensch in seinem Leben gewissenhaft Vernünftigkeit praktiziert und alle drei Kriterien zu einem gemeinsamen Nenner bringt, dann wird ihm garantiert, dass er sich niemals und in keiner Sache irren wird. Genau das ist Vernünftigkeit. Leider versteht die Mehrheit der Menschen nicht, was Vernünftigkeit ist. Aber wenn die Menschen in ihrem Leben Vernünftigkeit praktizieren werden, dann wird ihnen garantiert, dass sich alle ihre Pläne verwirklichen werden. Und nun sehen wir uns an, wie man Erkenntnis über diese Welt sammeln kann. Es gibt nur drei Möglichkeiten, um Erkenntnis über diese Welt zu sammeln. Die einfachste Möglichkeit, um Erkenntnis über diese Welt zu sammeln, basiert auf den Fähigkeiten unserer fünf Sinne. Riechen, Tasten, Schmecken, Sehen und Hören. Diese Sinne sind sehr primitiv. Beispielsweise ist bei einem Hund der Gehörsinn wesentlich besser entwickelt als bei einem Menschen. Der menschliche Tastsinn und der Geruchssinn sind ebenfalls primitiv. Das menschliche Gehör nimmt Schallwellen nur in einem engen Bereich wahr. Wir hören beispielsweise kein Ultraschall und kein Infraschall. Und genauso können wir auch viele weitere Frequenzen nicht hören, obwohl sie eigentlich da sind. Genau so verhält es sich mit dem Sehen. Das menschliche Auge kann nur ein sehr schmales Spektrum an Lichtwellen wahrnehmen. Nehmen wir zum Beispiel das Licht unserer Sonne. Aus dem gesamten Lichtspektrum unserer Sonne kann das menschliche Auge nur einen kleinen Teil der Lichtwellen wahrnehmen. Wir sehen keine ultravioletten Strahlen, wir sehen keine Infrarotstrahlen, kein polarisiertes Licht, keine radioaktiven Strahlen und so weiter. Das heißt, der Sehsinn ist ebenfalls sehr eingeschränkt. Wenn der Mensch also nur diese fünf Sinne nutzt, dann ist er bei der Erlangung von Erkenntnis über diese Welt sehr eingeschränkt. Eine andere Möglichkeit, um Erkenntnis über unsere Welt zu sammeln, besteht darin, die Fähigkeit des Geistes, des Verstandes und des Intellektes zu nutzen. Der Geist ist das Organ, welches die Information von den fünf Sinnen bekommt, der Verstand ist das Organ, welches diese erhaltene Information analysiert und das Intellekt ist die Ansammlung bereits gemachter Schlussfolgerungen. Das heißt, der Verstand analysiert und zieht seine Schlussfolgerungen und legt diese Schlussfolgerungen im Intellekt ab. Das ist eine Methode, die von der heutigen Wissenschaft angewandt wird. Aber sie ist ebenfalls primitiv. Warum? Weil die Informationslieferung für diese Methode von den fünf eingeschränkten Sinnen kommt. Denn für den Geist gibt es keinen anderen Informationskanal als diese fünf Sinne. Und deswegen ist ein Mensch, der denkt, dass er mit Hilfe des Geistes, des Verstandes und des Intellektes zur Wahrhaftigkeit gelangen kann, einfach nur naiv. Das ist prinzipiell unmöglich und sogar dann, wenn er irgendwelche technischen Hilfsmittel oder Instrumente benutzen würde, um das sensorische Wahrnehmungsspektrum unserer fünf Sinne zu erweitern. Ganz egal, wie weit der Mensch seine technischen Hilfsmittel erweitern würde, bliebe der Geist, der Verstand und das Intellekt weiterhin auf diese fünf Sinne beschränkt. Denn sie sind dazu bestimmt, um diese fünf Sinne zu nutzen. Der Geist, der Verstand und das Intellekt sind notwendig und wichtig auf einer bestimmten Entwicklungsetappe. Aber sie sind primitiv. Dazu steht in den Weden folgendes geschrieben. Der Geist, der Verstand und das Intellekt sind die besten Freunde des Menschen. Aber wenn der Mensch sich spirituell über eine bestimmte Ebene hinaus entwickelt, dann werden der Geist, der Verstand und das Intellekt zu seinen ärgsten Feinden. Und es wird für den Menschen notwendig, diese beiseite zu legen und zu anderen, wesentlich vollkommeneren Methoden für die Erlangung der Erkenntnis über diese Welt überzugehen. Dazu gehört beispielsweise die Intuition. Wir wissen beispielsweise, dass in den russischen Volksmärchen der Ivan Durak im Hinblick auf seine Evolutionsentwicklung wesentlich über seinen klugen Brüdern steht. In einem der Wörterbücher steht, dass das Wort Durak einen Menschen beschreibt, der seinen Geist nicht nutzt. Die Silbe Ur steht für das Licht oder Erleuchtung. Wenn man einem klugen Menschen, der seinen Geist als Instrument benutzt, um Erkenntnis über diese Welt zu sammeln, sagen würde, gehe dorthin, weiß nicht wohin, bringe das, weiß nicht was, dann wird er einfach verwirrt sein. Denn er braucht dazu einen bestimmten Asimut, irgendwelche Koordinaten, er braucht also konkrete Angaben. Für Ivan Durak stellt so eine Aufgabe kein Problem dar, denn er beherrscht wesentlich vollkommenere Methoden, um Erkenntnis über diese Welt zu sammeln. Deswegen kann man sich mit Hilfe des Geistes, des Verstandes und des Intellektes nur bis zu einer gewissen Ebene der Evolution entwickeln. Und danach ist es notwendig, diese Instrumente beiseite zu legen. Deswegen heißt es im Volksmund, dass Russland das Land der Duraks ist, also das Land der erleuchteten Menschen. Aber kommen wir noch einmal auf die drei Säulen, beziehungsweise auf die drei Kriterien, die uns unsere Ahnen zur Erlangung der Wahrhaftigkeit hinterlassen haben. Die praktikabelste Methode, wie unsere Vorfahren gesagt haben, ist die Meinung eines kompetenten Menschen. Wir haben dieses Thema zwar bereits behandelt, aber um die Bedeutung dieser Methode zum Sammeln von Erkenntnissen über diese Welt besser zu verinnerlichen, lassen Sie uns das Ganze an einem Beispiel veranschaulichen. Wenn ein Mensch sich die Frage stellt, wer sein leiblicher Vater ist, dann wird der Mensch, wenn er dazu nur seine fünf Sinne verwendet, also nur die erste Methode bei der Erlangung der Erkenntnis über diese Welt, um diese Frage zu klären, jeden erwachsenen Mann ansehen, anhören, anfassen, ablecken und anriechen müssen. Und es wird dennoch eher unwahrscheinlich sein, dass er mit Hilfe dieser Methode seinen Vater findet. Wenn er die zweite Methode zur Erlangung der Erkenntnis über diese Welt nutzen wird, also den Geist, den Verstand und das Intellekt, dann wird es für ihn notwendig sein, den medizinisch-wissenschaftlichen Weg zu gehen. Das heißt, er wird gezwungen sein, von jedem erwachsenen Mann auf der Welt eine DNA-Probe zu nehmen und dann zu versuchen, über den Abgleich des genetischen Codes zu bestimmen, wer sein leiblicher Vater ist. Auf diese Weise wird es theoretisch eventuell möglich sein, seinen Vater zu bestimmen, aber von der praktischen Seite her eher unwahrscheinlich. Der einfachste Weg, diese Frage zu beantworten, ist es, sich an den dafür kompetenten Menschen zu wenden. Und wer ist in diesem Fall der kompetente Mensch? Das ist seine Mutter. Er geht am besten zu seiner Mutter und stellt ihr die Frage, wer ist mein leiblicher Vater? Und sie antwortet ihm, hier, das ist dein leiblicher Vater. Und es benötigt keine weiteren Beweise. Das heißt, das ist der schnellste und der beste Weg, um Erkenntnis über diese Welt zu erlangen. Also die Meinung eines kompetenten Menschen zu einer bestimmten Frage. Das ist die Meinung eines kompetenten Menschen zu einer bestimmten Frage.